Ja, damit auch recht herzlich willkommen wieder zurück zu Watch Dogs. Ich werde mich vorstellen, irgendwas piept immer mal so kurz. Also los, dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Also, was geht los? Wir hacken. Oh, es lädt. Was lädt es? Worum lädt es? Oh. Hm. Sieh dir das an. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Hm. Also, ich habe keine Ahnung. Halt, so. Okay. Naja, doch gut. Ey, 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 ey. Wer ist an die Zähne bewaffnet? Das ist eine Festung. Wird nicht leicht, da reinzukommen. Hey, was? Was hast du? Oh! Oh! Da ist der Zeig, oder? Das sind die 1% der Kinder, die nie mit der Straße zu tun hatten. Obst du programmieren? Klar. Die Arbeit gesehen, so ließ. Aber es steckt nichts weiter dahinter. Wenn die wohlkommen, sind sie erledigt. Ich dagegen kann beißen. Ich bin nicht nur. Die wollen setzen keine Fuß im Eingaben. Und ich muss mich hin. Das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu. Der Zeiges Kinderkram. Ich bin in Zukunft. Okay, gut, wir müssen irgendwas finden. Aber ich bin ja gar nicht zu sicher, was wir jetzt hier eigentlich suchen. Achso, wir suchen die IP-Adresse, genau. Ja. Hm, ich bin ja nicht zufrieden. Ich bin ja nicht zufrieden. Oh. Oh. Oh, was ist das? Oh. Wie? Achso. Oh! Achso. Ach. Hm. Hm. Oh. 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 ich höre irgendwelche brunsen wir bleiben einfach mal jetzt bei den kunden hier gut er trägt wieder umgeht wieder zurück na gut oder die polizei akte ok wir haben es gelegt ok 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 und das hier hinten alter ich weiß es klappt nicht jetzt wir müssen die maschinen für die neuen chipkarten abdelten machte keine sorgen wir machen das schon wir sind immer schneller als jedes gesetz immer anpassen das ist der schlüssel ok wir suchen ja aber wo ist das hier für einer hier oben ist ein loch drin ich kann nicht weiter hier ist die kamera ich höre irgendwelche miteinander treiben so sehen tue ich gar nichts ok so und du auch so und hab natürlich lange sich hier aber nur endlich mal jemanden hier lebten wirklich menschen und sie sterben auch hier ist die kamera es geht weiter hier ist auch noch eine kamera ok hier war aber überall kameras drinnen wüsste was haben wir denn da schade komme ich nicht rein hier muss ich rein er geht wieder dreht sich er geht wieder zurück ok fensterläden nö das machen wir lieber nicht ist mir zu gescannt nein 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 boah war schnapp da die ip-adresse kommt aus diesem raum da ist ein kartenleser dran scheiße der schlüssel ist in seiner marke in seiner marke hör zu dir hat keiner was geklaut Junge hol deinen boss ans telefon das wird ein moment dauern dann nimm dir den moment bad bug schwing deinen arsch hier rein mann ich sagte doch du sollst das wieder zurückbringen doch du der scheiß bringt es nicht weißt du noch grammars bulldoch die hässliche kleine tölle der kam immer angerannt wenn man ihn gerufen hat aber er hat auch immer überall hingepischt verstehst du mich ja nein tust du nicht hör zu du verdürfst mir das geschäft und was glaubst du was wichtiger ist zwischen dir und dem business mr quinn ist jetzt dran business business wien ich überließe ihnen meine wahren und die security und zum dank stellen sie meine Gästeliste ich lasse mich nicht ausboten jutsch so ging das nicht ab ich glaube sie muss verstehen wir haben eine geschäftliche kooperation ihre Gäste sind meine Gäste hören sie wir besprechen das alles bei der Auktion k verdammte haben wir mal die Eier kreuen was für Fick ist ein Ilthes das ist ein Wiesel 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 wärig ww 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 Sonst noch was. Okay. Aber den Charakter fand ich irgendwie cool. Sagt gut aus. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Interessant, interessant. Spüren Sie den Ursprung von Damions IP-Adresse auf? Das haben wir gerade getan, ja. Sie hat immer ein bisschen endlich mal aufgeräumt. Omas Bulldogge. Ja, ein bisschen beendet. So. Kann man jetzt eigentlich auch mal hier vorne rumlaufen. Cool. Ich finde immer nur, das sieht aus wie die Frau von Heavy Rain. Ich weiß nicht, warum sie da auch auswiesen. Also hier war schon mal ein weißer, eine weiße Frau oder ein weißer kleiner Junge. So sieht das irgendwie aus. Und ich finde, hat nur viel... Hä? Hecken? Okay. Überall solche Videologs versteckt hier? Alles voll hier? Das wird immer komplizierter. Solange sich denen auf die Festplatte konzentriert, kann ich Niki finden. Er wird Fehler machen. Ich muss geduld. Oh. Was ist das denn? Was war das denn, krache Scheiß? Ich frage mich eigentlich, kann ich denn nicht hier auch irgendwo schlafen gehen? Hier ist auch nochmal ein Heck. Ich hab die Nachrichten gelesen. Da stand was über eine Verfolgung am Parker Square. Sagen wir ganz nach Aiden Pierce aus. Bist du bei Niki? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich hab ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie... Lass mich mit dir reden. Na, na. Die IP-Adresse. Ja, da ist etwas in Rossi-Freemont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Niki reden. Na, war das denn so schlimm? Aiden. Hey. Es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wäre dir zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Niki, glaub ihm. Sein Gefahr sei nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich hab keine Geheimnisse. Ach. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Ach. Oh. Hab ich dir weh getan. Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, am Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Niki übrigens auch. Ja, okay, gut. Ich hab jetzt endlich mal das Teil gefunden, wo er schläft oder schlafen sollte. Hat der noch ein Heck? Alter, ist ja alles voll. Gut. Ich werde mal kurz schlafen. Äh. Puh. Ja. Mach mal so, ja. Und. Dann beende ich auch das Video. Ist eigentlich nicht so viel geworden. Oh, sieht der Wokul aus. Gut, verändert sich ja jetzt nicht unbedingt. Schade, dass man auf den Monitoren das nicht dunkel gebunden ist. Das wäre noch cool gewesen. Aber ich sag wieder Tschüss. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's auf zur Bulldogge. Lasst euch gucken, haut rein. Tschüss. Schade, Manni. Vielen Dank.